Endlich sieht man wieder die Goldfische im Teich. Eine Schulstunde für die kleinen neugeborenen schwarzen Babys. Und da der große Schwamm. Er schwimmt zur Wasserquelle. Und wohin geht jetzt die Reise? Vielleicht zu den Seerosen? Denn heute soll es sehr heiß werden. Die Tiere halten sich lieber im Schatten und unter, tief unten im Wasser auf, zum Schutz vor der Hitze. Und in warmen Temperaturen.